Willkommen zurück bei Ori and the Blind Forest. Wir sind hier irgendwie im Windgebiet auf jeden Fall und wir müssen versuchen, hier die ganzen Fragmente zu finden. Komm, plopp runter, plopp runter, oh shit, doch nicht. Au, au, au. So, lass mich runter. Ich glaube, es ist schlau, hin und wieder zu speichern. So, au, ja, gesagt, getan. Wie kommen wir hier? Hm, ich habe gespeichert, also will ich mein Leben jetzt auch hier wieder zurück. Dankeschön. Oh, der kann ja zielen auch noch, währenddessen er sich da runter ploppt. Das ist eine Tür, genau. Oh, lass mich doch hin und Frieden, du dummes Ding. Oh, das sieht nicht gut aus, was das da macht. Oh, lass mich durch, lass mich durch. Danke, danke, danke. Uiuiuiui. Oh, Mama. Uiuiui. Ich treff den nur nie. Oh, lass dich doch töten. Oh, das war eng. Das dritte Fragment. Yay. Da oben sind überall so komische Ausgänge. Ich würde ehrlich gesagt gerne wissen, wie ich da hinkomme. So. Da düsen wir mal schnell vorbei. Und hier weiter, glaube ich. Oder? Da ist, nee, hier ist die, oh, Tür. Da wollen wir nicht hin. Können wir den eigentlich töten? Vielleicht bringt der uns ein paar, paar... Nein, der bringt uns den Tod. So, und zwar jetzt nochmal von vorne und diesmal besser. Genau. Durch, durch, durch. Aua. Lass mich doch. So, speichern und hoch geht's. Da geht's durch. Nee, da komme ich auch nicht weiter. Da komme ich noch ganz hoch. Da komme ich auch nicht weiter. Jetzt ist die Frage, wie kommt man da weiter? Was, da soll ein Durchgang sein? Achso, hier oben. Ja, klar. Ähm. Oh, ich probiere was. Aua. Ach, den kann man auch rumschießen. Oh, nee. Aber ich hab's kapiert jetzt mal. Da hinten war doch auch so einer. Oh, shit. Ich glaub, wir sollten da ein bisschen langsamer vorangehen. Oh, das war... eng. So. So, jetzt nicht nochmal reinfallen und dann... haben wir es. Nun, wie soll ich da denn so ein... Kriege ich den da irgendwie getriggert? Nein. Okay. Also das war schon mal nicht die Lösung. So. Genau, dann gehen wir jetzt hoch. Aua. Lass mich. Ey, der ist ja richtig gemein. Lass mich in Ruhe. Irgendwie muss das doch zu machen sein, dass man den auch irgendwie hier überlebt. so, jetzt machen wir mal das hier kaputt hier oben. Hier oben kaputt, sagte ich. Mach doch einfach. Danke. Und jetzt machen wir den kaputt. Danke. Danke. Dass wir hier mal speichern können. So. Und... Jetzt machen wir den. Da ist mich. In Ruhe. Oh ja. Dankeschön. Wie groß... Ach du heilige Scheiße. Wie groß ist denn diese Map? Da ganz hoch müssen wir. Oh Mama. Das kann ja noch was werden. Gut. Gehen wir weiter. Oh, da ist hier was. Shit. Hm, hm, hm. Ach. Da oben ist auch ein... So ein Core-Fragment. Hm. Haben wir zwei. Okay, hier kommt man nicht mehr weiter, sondern nur noch runter. Also ist das sozusagen eine Sackgasse. Oh. Hier bleiben wir also lieber fern von dem Ganzen. Ähm. Aha. Oh ne, oh ne. Lass mich in Ruhe. So. Dann haben wir diese Tür hier offen. Ähm. Die ist die nächste. Genau. Die probieren wir jetzt. Aber... Oh, tollpatsch. Jetzt haben wir einfach den dicken Blob hier reingeworfen. So, und bevor die jetzt gleich noch mal spawnt hier, das dumme Ding. Können die auf mich schießen? Ich will da eigentlich hoch, nämlich. Ich probiere es mal vorher mit runter. Oh, wir haben eins zu wenig. Shit. Aber wie komme ich hier hoch? Komm mal. Hm. Das war nicht die Lösung. Schieß mal auf mich. Nee, das hilft auch nicht. Weiter. Ham, ham, ham. Darunter kommen wir ja gerade nicht vorbei noch. Und hier kommen wir auch nicht hoch. Gucken wir noch mal. Ob wir nicht irgendwo was vergessen haben. Aua. Oh, da ist das Fragment. Aber wie kommen wir da rein? Hä? Ah, kann man das auch zerstören? Hm, 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 hm. Jetzt habe ich gerade das Tier hier hinten kaputt gemacht. Dann warten wir wieder, bis es spawnt, würde ich sagen. Kommst du? Aua, aua, aua. Lass mich in Ruhe. Ist es wieder hier? Nein. Oh, jetzt sind wir aber gleich tot. Ja, 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 ja. Das ist eng, eng, eng. Lass mich in Ruhe. Wieso? Wie soll man denn da reinkommen? Kann mir das jemand sagen? Hä? Ich verstehe es nicht. Wie soll ich da hinkommen? Nein, lass mich in Ruhe. Die haben sich gegenseitig abgeknallt. So. Jetzt nochmal überlegen. Hier ist was. Hier kommen wir nicht hoch. Wobei, können wir hier vielleicht irgendwas drauf schießen? Jetzt gucken wir mal. Lass mich in Ruhe. Bucker. Oh, ich probiere es mal. Kann man das hier zerstören, wenn er drauf... ...puckt. Nee, kann er nicht. Weil ich zu langsam war. Gut, dann... ...nochmal. Kann er da das zerstören, wenn man... ...ne, kann er nicht. ...ne, weil das gar nicht mal so weit spuckt. Hm. Und da oben hat man auch kein Tier, womit man das zerstören kann. Ich bin gerade ein bisschen planlos. Vielleicht sollten wir uns hier mal... ...besser umgucken. So. Und wir fliegen jetzt einfach hier weiter. Wie weit kommen wir denn da? Oh. Okay. Das war auch nicht schlau. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Ori and the Blind. ...Forest. Und dann... ...weiß ich sicher, wie man weiterkommt. Tschüss. 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 Vielen Dank.